ich hab was gehört hier drinnen euer Scheiße, mein Fuß war frei warum der Typ hat Auge gemacht was ich zu Früher gab es doch den Bug, man hat das Regeln gemacht und dann hat man die Axt in die Hand genommen und das Geld war immer noch rumgeweht und sowas. Das war richtig geil früher, da gab es diese ganzen Box mit den Emots und Epic Games war es dann nicht so wichtig, weil das Wichtigste sind die anderen Boxen, wie zum Beispiel früher durch Wände glitschen, aber ich meine nicht in dem Sinne glitschen, sondern in dem Sinne stecken bleiben, in der Wand, das geht halt jetzt auch noch. Das ist aber, es macht halt gar keinen Sinn. Du kannst halt nicht in einem Holzblock, was um herum gebaut wurde, reinkommen. Deswegen macht es auch keinen Sinn. Es macht halt einfach gar keinen Sinn. Ja. 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 So, Trap-Camping-Feuer nenne ich, wie immer. Wenn ich hier gleich bin. So, let's go. Mein Hust tut so und dann so. Das ist wie verarschen. Jetzt schon wieder angefasst. Nervig. Jetzt haben wir die Kult. Oh, es ist drilog. Das war's. 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 Das war's.